Okay, willkommen hier in ELISA für den dritten Talk dieses Blogs an diesem zweiten Tage hier. Uns wird heute Rainer Rehag etwas über was schützt eigentlich der Datenschutz erzählen und er wird uns eine kleine Einführung mit einem strukturellen Blick auf den Datenschutz gewähren, um uns ein bisschen Debattenrisszeug zu geben und da würde ich euch bitten, eine Runde Applaus zu spendieren und Rainer willkommen zu heißen. Ja, hallo, herzlich willkommen, welcome und ni hao. Ja, was schützt eigentlich der Datenschutz? Ich bin sehr froh, hier sprechen zu dürfen, weil es vielleicht teilweise ein bisschen pointiert als These, warum Datenschützerinnen aufhören müssen, von individueller Privatheit zu sprechen. Das ist ja immer so ein Thema, was sich durchzieht, wenn es um Datenschutz geht, dann geht es gleich um die Privatsphäre und das Innerste des Menschen. Das ist sicher auch richtig, aber meiner Ansicht nach ist das ein bisschen zu klein und spielt gerade den Personen in die Hände, die wir eigentlich, ich sage jetzt mal wir, die wir eigentlich mit der Argumentation sozusagen bekämpfen wollen oder überzeugen wollen, im besten Falle. Also erstmal zu mir, so ein bisschen, dass man immer weiß, wer da spricht, was für einen Hintergrund ich habe, dass man so ein bisschen einsortieren kann, inhaltlich. Also ich bin selber wissenschaftlicher Mitarbeiter am Weizenbaum-Institut für die vernetzte Gesellschaft, meine Forschungsbereiche und Forschungsinteressen so Technikzuschreibung, also Funktionszuschreibungen, IT-Sicherheit, Datenschutz, Informatik und Gesellschaft. Also ich bin selber auch, habe Informatik und Philosophie studiert an der Humboldt-Universität zu Berlin, Freie Uni Berlin und Chinese University of Hong Kong. Und habe auch meine Diplomarbeit geschrieben über die heimliche Online-Durchsuchung und insbesondere um die gesellschaftlichen Konsequenzen davon. Außerdem bin ich aktiv im Forum InformatikerInnen für Frieden und gesellschaftliche Verantwortung bei Amnesty International und bei der Gesellschaft für Informatik. So, worum soll es heute gehen, ein Fahrplan? Also erstmal will ich ein bisschen was über Begriffe sagen, die dann fallen werden, dann über das Problem, was es überhaupt zu diskutieren gibt im Datenschutz. Dann gibt es ein bisschen Theorie und Operationalisierung. Operationalisierung heißt, wie man aus den ganzen theoretischen Konstrukten dann tatsächlich konkrete Handlungen ableiten kann. Dann möchte ich was über die, auch in der Beschreibung des Talks, so ein bisschen kritisierten Nichtlösungen sagen, da konkret drauf eingehen. Vielleicht, wenn sich da Fragen anschließen, werden wir auch eine Q&A noch machen, dass wir das diskutieren können zusammen. Dann werde ich ein Fazit präsentieren und dann kommt noch eine Literaturliste, Literaturhinweise. Also die Folien kommen dann auch ins FRAP. für diejenigen unter euch, die sich da noch weiter einlesen wollen und das weiterverfolgen wollen, über diese Foundations-Ebene jetzt hinweg. Also erstmal die Begriffe. Erstmal, wenn man über Datenschutz redet, im Englischen ist es ja noch komplizierter, so mit Privacy und Data Protection und so weiter. Es gibt erstmal so einen Begriffe-Mix, das wird dann auch zusammengehauen mit Überwachung und dann, das ist so eine Mischung. Deswegen will ich das erstmal auseinanderziehen, dass wir wissen, worüber wir reden. Erstens, Datenschutz selber ist ein sozialwissenschaftlicher Begriff. Ich werde die alle nachher so ein bisschen mehr auffächern, insbesondere Datenschutz. Datenschutzrecht ist ein juristischer Begriff und Datensicherheit ist ein informatischer Begriff. Ich glaube, Datenschutzrecht, da haben wir eine ganze Menge dazu jetzt schon gehört, auch sowohl in den Medien, weil zum Beispiel die Datenschutz-Grundverordnung ja wirksam geworden ist, 2018 jetzt, Mai. Und über Datensicherheit haben wir hier mit Sicherheit ja auch eine ganze Menge schon gehört und gewusst. Der Witz daran ist, dass das alles so ein bisschen zusammengehört bei dem Thema, aber dennoch diese Bereiche oder diese Themen jeweils eigenen Diskursregeln gehorchen. Und naja, wie bei allem ist es so, dass die Problembeschreibung selber auch die Lösung so ein bisschen vordefiniert. Das heißt, der Korridor, wo man hinschaut, was da irgendwie als sinnvolle Lösung irgendwie in Betracht kommt. Und naja, welcher Informations- oder welcher Datenbegriff wird da verwendet, das ist auch so eine Schlüsselfrage, die ist gar nicht so schwer, aber die muss gestellt werden und die muss beantwortet werden. Jetzt mal kurz als Oberflug, das Datenschutzrecht, das Datenschutzrecht schützt also Personen. Der Anknüpfungspunkt dabei sind personenbezogene Daten, das kennt man ja auch sozusagen weitläufig diskutiert. Und zum Beispiel die Begründung, was schützt eigentlich die Datenschutz-Grundverordnung oder was setzt sie um, wäre im Juristischen, würde man sagen, naja, die setzt halt Artikel 8 der Charter der Grundrechte der Europäischen Union um. In der Informatik würde man sagen, okay, das leitet auf ein weiteres Terminal. Ja, was ist denn Artikel 8 der Charter der Grundrechte der Europäischen Union? Das ist so eine Art die Verfassung der EU, zum Beispiel als Vergleich mal mit dem deutschen Grundgesetz. Auch da ist Artikel 1, die Würde des Menschen ist unantastbar, sie ist zu achten und zu schützen. Und Artikel 8, das ist ja für die DSGVÖ besonders relevant, ist schutzpersonenbezogener Daten. Das steht da einfach genauso drin. Und wenn der Schutz personenbezogener Daten ein Grundrecht ist, auf europäischer Ebene, ist ja klar, dass jegliche Datenverarbeitung dann auch eine Verletzung von Grundrechten ist. Wobei die Frage da bleibt ja aber, warum eigentlich? Wenn man so ein bisschen vorrechtlich diskutieren will, ist jetzt, wenn man sagt, na, wir schützen personenbezogene Daten, warum? Naja, weil wir ein Recht auf Schutz personenbezogener Daten haben, ist richtig, aber unbefriedigend. Okay, aber zum Datenschutzrecht gibt es ja auf dem Kongress jetzt auch eine ganze Menge anderer Vorträge. Das klang auch sehr interessant, deswegen wollen wir jetzt darüber nicht reden. Datensicherheit ist eine Sache, wie ich bereits angemerkt habe, die hier auch gerade im Chaosumfeld eine große Rolle spielt. Das heißt, wenn man sich das anguckt, was ist Datensicherheit, üblicherweise Schutzzüle, Vertraulichkeit, Integrität, Verfügbarkeit. Wenn man so ein bisschen techimäßig drauf ist, würde man grob verallgemeinern, naja, Vertraulichkeit sind so die Leserechte, Integrität sind so die Schreibrechte, Verfügbarkeit sind so die Ausführungsrechte. Ist jetzt so ein bisschen hingewogen, aber so ungefähr kann man sich das vorstellen. Das heißt, Verfügbarkeit, ob so ein System für mich funktioniert und den Service abliefert, den ich haben möchte. In der Datensicherheit geht es aber primär, also was heißt aber, geht es primär um die Sicherheit von Geschäftsprozessen und von vorhandenen Daten. Das heißt also, die Daten sind da, die müssen ordentlich abgesichert werden, zugreifbar bleiben, nicht verändert werden und so weiter. Seit 2008 haben Personen sogar ein Grundrecht auf die Gewährleistung der Vertraulichkeit und Integrität informationstechnischer Systeme. Aber auch zur Datensicherheit selber gibt es auf dem Kongress andere Vorträge. Jetzt ist die Frage, was ist denn mit dem Datenschutz? Das heißt, wenn wir Rechte haben auf zum Beispiel den Schutz personenbezogener Daten, guckt man in die Richtung, wie wird denn das motiviert? Und dann kommt der Datenschutz selber ins Spiel als sozialwissenschaftliche Diskussion, wer wird da warum eigentlich wie geschützt? Und dazu kurz ein paar Bemerkungen zum gesellschaftlichen Hintergrund. Also erstens, wir leben in einer arbeitsteiligen Gesellschaft, das heißt verschiedene Menschen haben verschiedene Aufgaben. Wir sind spezialisiert und ich muss irgendwie nicht Socken nähen können, um mit Socken rumzulaufen, weil jemand anders das kann, kennt das Spiel. Und so gibt es eben Spezialisierung und niemand ist sozusagen in allem spezialisiert. Und diese Arbeitsteilung hat auch Konsequenzen, wie wir nachher sehen. Und es gibt diverse Akteure, die miteinander irgendwie funktional interagieren. Also mir ist jetzt, vielleicht menschlich interessiert es mich schon, wie es dem Bäcker oder der Bäckerin gerade geht, aber tatsächlich möchte ich da gerade Geld auf den Tisch legen und mein Bullchen kriegen morgens. Oder je nachdem, wann auch immer. Das heißt, man tritt so funktional irgendwie miteinander in Verbindung. Und in dieser Gesellschaft gibt es dann eben auch, da sind ja nicht alle Leute, die da mitspielen, sind ja nicht gleich mächtig oder gleich fähig. Das kann irgendwie finanzielle Unterschiede sein, das können strukturelle Unterschiede sein. An dem Fall jetzt zum Beispiel mit Individuum und Organisation. Individuum ist halt eine Person, die hat so Hände und kann irgendwie Dinge tun. Und dann gibt es Organisationen, die aus vielen Menschen bestehen, aus Regeln, finanziellen Möglichkeiten, rechtlichen Möglichkeiten und so weiter. Und die sind natürlich eben nicht gleichmächtig. Sie haben verschiedene Möglichkeiten, ihre Interessen durchzusetzen. Das heißt, sie haben verschiedene Möglichkeiten, also sie haben verschiedene große Macht, um in diesem gesellschaftlichen Spiel sozusagen mitzumachen. Das heißt, es sind Machtasymmetrien. Max Weber, kann man mit ihm sprechen, macht es die Chance in einer sozialen Beziehung, den eigenen Willen auch gegen Widerstreben durchzusetzen. Gleich wie viel, worauf diese Chance beruht. Kann man unterscheiden in Durchsetzungsmacht, also Dinge zu verursachen, Verhinderungsmacht, Dinge nicht stattfinden zu lassen, die dem eigenen Interesse widersprechen. Und Definitionsmacht, wie spricht man über bestimmte Themen. So ein bisschen Wahlcomputer, Wahlmaschinen, so und der kennt ja Geschichte. Jetzt ist die Frage, okay, das ist alles noch nicht technisch. Beim Datenschutz, was uns für den Datenschutz interessiert, ist an der Stelle, dass wir eine allgemeine, allgegenwärtige Computerisierung und Vernetzung haben. AKA Digitalisierung wird seit ein paar Jahren genannt, obwohl die selber, dieser Prozess seit ungefähr 50 Jahren schon läuft. Und wir haben automationsgestützte Informationsverarbeitung, insbesondere von Organisationen, also von staatlichen und von wirtschaftlichen Organisationen. Und mittlerweile oder seit einer Weile ist es schon so, dass da eben keine individuellen Wahlmöglichkeiten mehr sind. Also man kann jetzt sich entscheiden, kein Handy zu haben, aber wenn man irgendwie Steuern zahlt, muss man halt doch mit dem Elster arbeiten. Und egal, ob es Rente, Krankenkasse und so weiter, ihr kennt die Geschichten. Also man kommt da eben auch nicht mehr raus, es sei denn, man zieht irgendwie in den Wald und in eine Höhle. Aber wenn man sich dann verletzt, kann man vielleicht einen Kräutertee trinken, aber wenn der Arm ab ist, dann will man vielleicht doch in ein Krankenhaus. Okay, warum ist das relevant? Naja, diese Informationsverarbeitung, also die Nutzung dieser Daten, die wird verwendet, um Entscheidungen zu produzieren. Entscheidungen produzieren heißt, wie viel Geld kann ich abheben, was ist die schnellste Route von A nach B, was sind irgendwie meine beste Freunde, die ich vorgeschlagen bekomme. So all diese Sachen, das sind ja alles Entscheidungen, wo man auch anders hätte agieren können, aber Computer Sets und so weiter. Und gleich eine kleine Bemerkung natürlich, diese Entscheidungen werden produziert, egal ob die Datenbasis korrekt ist oder nicht. Also die Ergebnisse sind da und werden dann, wenn die Karte eben falsch ist, landet man eben im Graben zum Beispiel. Okay, jetzt ist die Frage, naja, wir reden von Datenschutz und von Informationsverarbeitung. Daten oder Informationen, ganz kurz, wir sind noch in der Begriffsphase. Also Daten im Datenschutz meint Information, die Modelle eines Sachverhaltes für einen Zweck sind. Das ist jetzt erstmal ein bisschen viel auf einmal, aber wenn ich eine Glaserei betreibe, dann interessiert mich natürlich bei einem Haus, was ich in meiner Datenbank eintrage, wie viele Fenster sind in dem Haus, wie groß sind die Fenster, welche Art von Format sind das und so weiter. Wenn ich irgendwie eine Malerei betreibe, dann interessiert mich natürlich, wie groß ist die Fläche des Hauses und so weiter. Das heißt, ich greife mir immer einen Ausschnitt aus der Realität und modelliere den auf diesen Zweck hin, wofür ich es verwenden will dann bei meiner Datenverarbeitung. Das heißt, es sind Modelle eines Realitätsausschnitts für einen bestimmten Zweck. Und deswegen können wir eben nicht den technischen Informationsbegriff von Shannon nehmen, also von wegen Abtastung und welche Auflösung ist da und wie. Ihr kennt das so mit 44 Kilohertz und CD, ihr Menschen nehmen doch lieber die Goldstecker und so. Also das ist nicht der Punkt, wir benutzen einen der Semiotik, der eben sagt, naja, Informationen oder die Daten aus Datenschutz bestehen aus Syntax, Semantik, Pragmatik und Sigmatik. Syntax ist eben die zeichenmäßige Repräsentation, also die Null und Einsen. Semantik ist die Bedeutung, Pragmatik ist der Zweck, für den diese Daten erhoben worden sind. Wir erinnern uns, irgendwie die Glaserei oder Malerei. Und Sigmatik ist dann die betroffene Person, das heißt, wessen Haus das ist oder so. Als Beispiel könnte man sagen, irgendwie so ein Tupel von Nullen und Einsen, so ein Zweiertupel. Die Semantik davon, aha, das sind Geokoordinaten, das müsste im System dann so hinterlegt sein. Eines Mobiltelefons, Pragmatik, also der Zweck wäre Bereitstellung ortsabhängiger Services, zum Beispiel für eine Routenplanung, wo möchte ich hin, wo gibt es eine Pizza oder so. Und Sigmatik ist dann eben Maxi Musterfrau, weil das eben die Person ist, deren Mobiltelefon das ist an der Stelle. Genau, okay, so ist die Situation. Das ist doch erstmal nett, klingt irgendwie nützlich, aber was ist eigentlich das Problem jetzt? Naja, die Technik, die immer besser wird und die Daten, die gesammelt werden, Informationen, die verarbeitet werden und die anhand derer Entscheidungen getroffen werden, die wird immer besser, immer effizienter nach bestimmten Kriterien, aber sie hilft natürlich den Organisationen, die sie verwenden, ihre eigenen Interessen besser durchzusetzen. Technik soll ja die Welt besser machen, aber eben nicht für alle, sondern für die, die sie einsetzen und zwar für die, die sie im besten Fall sogar selber bauen können und dann ihren eigenen Vorstellungen gemäß formen. Und das kann eben auch sein, dass bei dieser Informationsverarbeitung, dass da eben auch dann Grundrechte von Personen berührt werden. Die klassische Diskussion ist immer irgendwie so Fragen von Diskriminierung oder Ungerechtigkeiten, weil die Daten falsch sind oder sowas, so Geschichten. Das heißt also, wenn die Ergebnisse, die da produziert werden, im schlimmsten Falle auch vollautomatisch, dass die Rechte von Menschen berühren und die an der Stelle erstmal, weil sie ja Gegenstand, der Automat sagt halt, du kriegst kein Geld oder in diesem Monat ist alles schon aufgebraucht, dagegen kann man jetzt erstmal nichts tun. Das heißt, da ist sozusagen eine direkte Konsequenz dieser Datenverarbeitung auf Menschen, auf Menschengruppen oder auf ganze Gesellschaften. Allerdings muss man eben auch sagen, diese Datenverarbeitung ist wünschenswert, weil sie uns ja auch was bringt. Also es ist ja nicht so, dass DatenschützerInnen selber am liebsten zurück in die besagte Höhle wollen, wo das Feuer komplett verständlich ist. Nein, wir wollen ja, wir wollen diese informationstechnische Systeme, die uns das Leben erleichtern, die wollen wir alle haben, aber die Effekte, die negativen, die es auf Menschen hat und auf Gesellschaften, die wollen wir minimieren. Also, und da hilft es natürlich, wenn man mit Technikerinnen und Technikern redet, ja klar, man kann ja Systeme auf verschiedene Arten bauen. Man muss halt nur vorher sagen, was man haben will. Und jetzt, wenn man die Probleme mal so konkretisiert, würde man sagen, erstens Datenverarbeitung ist wünschenswert, aber es gibt innerorganisatorische Datenverarbeitung oder Informationsverarbeitung. Das heißt, ich kann ja selber überlegen, was ich vielleicht einer Organisation gebe an Daten und was nicht, aber was die dann intern damit machen, diese Frage, für welchen Zweck sie verwenden, wem sie weitergeben und so weiter, das kann ich selber nicht mehr beeinflussen. In dem Moment sind die Daten eben außerhalb meiner Hand, sind nicht mehr in meiner Kontrolle. Und zweitens gibt es natürlich die Machtasymmetrien. Das heißt, eine Firma, die Unmengen von Daten über Individuen hat, kann die natürlich analysieren und daraus Erkenntnisse generieren, die ich aus meinen eigenen Daten gar nicht ziehen kann. Das heißt also, alleine die schiere Macht, die schiere Datenunterschied erzeugt, andere Möglichkeiten auf den verschiedenen Seiten. Das heißt, die Player sind alle nicht gleich stark. Und das hängt auch, insbesondere wenn wir über Datenschutz reden, von der Menge an Daten ab, die vorhanden sind. Das heißt also, wie ich es eben beschrieben habe, nur mal als Zitat von Adelbert Potlech, Informationsvorgänge dürfen keine sozial schädlichen Folgen herbeiführen. Das ist so die Formulierung. Oder man kann es auch mit Martin Rost sagen, die Handlungsalternativen des in diesen Interaktionen Schwächeren, die sollen aufrechterhalten werden. Es soll nicht irgendwann so sein, dass Organisationen komplett sagen, das ist das Richtige für dich und deswegen gehst du diesen Weg lang. Und ihr kennt das ja, wenn in irgendwelchen Softwaren das Menü halt nicht sagt, exportieren, dann geht es halt nicht. Das heißt also, wenn wir das möchten, muss eben Datenverarbeitung unter Bedingungen gestellt werden. Man muss eben sagen, wenn die Gefahr für so eine Einschränkung von Grundrechten und so weiter besteht, dann müssen wir irgendwie Bedingungen für die Datenverarbeitung formulieren, dass das minimiert wird oder dass den Risiken begegnet wird oder dass sie nicht stattfinden. Dass man dieses Thema einfach anders baut, dass sie das nicht tun. Innerhalb sozusagen, man würde es jetzt, Fachtermini würde man jetzt nennen, eine Konditionierung der Machtasymmetrie. Das heißt, Konditionen, also die Bedingungen oder Voraussetzungen stellen, unter denen dann diese Datenverarbeitung stattfindet. Eben, warum muss das irgendwie konditioniert werden? Weil ich eben als Außenstehender natürlich nicht die Computersysteme von Amazon und wie sie alle heißen, ich kann die ja nicht umprogrammieren. Ich kann halt die Knöpfe verwenden, die sie mir geben. Nichts anderes. Oder ich kann sagen, ich benutze das alles nicht. Aber auf dieser schwarz-weiß Ebene sind wir ja nicht. Von der Diskussion. Okay. Und die Frage ist immer so, Das Schutzgut dabei ist eben, also Datenschutz schützt eben nicht Daten, klar, sondern Individuen, also die Grundrechte und Grundfreiheiten, wenn man es so formulieren möchte, und die Gesellschaft insgesamt. Aber wenn man sich das so anschaut, finden sich diese Individuen, Grundrechte und Grundfreiheiten, die finden sich wieder. Aber so diese gesamtgesellschaftlichen Fragen, da muss man so ein bisschen, da muss man sehr stark danach suchen. Man kann es konstruieren, aber so explizit ist es da nicht drin zu finden. Das hat rechtsdogmatische Gründe. Aber das ist nur wieder eine Erinnerung daran, dass sich die Fragen des Datenschutzes oder die Antworten des Datenschutzes und die des Datenschutzes rechts, dass die nicht deckungsgleich sind. Das eine ist immer ein Ergebnis vielleicht aus dem anderen im besten Falle, aber manchmal eben auch nicht. Man würde auch, um das ein bisschen zu erklären, warum Datenschutz sagen, naja, wenn wir uns Märkte angucken, dann gibt es eben Kartellämter, und die sagen, wenn bestimmte Akteure zu stark werden, dann muss man die begrenzen und die anderen irgendwie ein bisschen stützen, damit der Markt als Ganzes funktioniert. Und genauso kann man sich es eben auch beim Datenschutz vorstellen. Wir haben eine Informationsgesellschaft und da gibt es Informationsmacht verschiedener Akteure und dann brauchen wir eben irgendwas, in dem Falle zum Beispiel Datenschutzrecht, die eben diesen Ausgleich bringt. Nicht das einzelne Datum zählt, sondern die Anhäufung selber, die dann ein Ergebnis produziert. Also, ihr kennt bestimmt noch den Spruch, bei Wurst und Gesetzen möchte man nicht dabei sein, wenn sie gemacht werden. Das ist natürlich immer die Frage, was die Datenschutzdiskussion bereits auch eben seit den 60er, 70er Jahren so produziert hat, ist natürlich, wenn es dann zu Recht wird, immer Gegenstand von Aushandlungen, von politischen Verhandlungen, wir nehmen das mit rein und das nicht mit rein und so weiter. Deswegen muss man immer aufpassen, dass man eine Datenschutzdiskussion nicht immer oder nicht primär als Datenschutzrechtsdiskussion führt, weil man sich dann sehr, sehr einengt auf das, was einmal durch die Politik gegangen ist. So, jetzt kommen wir mal ein bisschen zu einer Theorie, um die Sachen so zusammenzubinden oder um nochmal in einen größeren Kontext einzubauen. Wir gucken uns jetzt mal den Informationsfluss an. Am Anfang jetzt vielleicht ein bisschen verwirrend, aber wir haben hier links den Informationsfluss von starken Akteuren zu schwachen Akteuren. Wir haben darunter von schwachen Akteuren zu starken Akteuren. Und darüber, die beiden Seiten sind eben, den Informationsfluss zu fördern oder diesen Informationsfluss zu blockieren. Das heißt also, wenn wir uns die erste Zeile anschauen, wir wollen den Informationsfluss vom starken zum schwachen Akteur, zum Beispiel von der Organisation zum Individuum, das wollen wir fördern, weil der Starke dadurch, dass er Informationen preisgeben muss über sich, über seine Verarbeitungsschritte und so weiter, sozusagen in dieser Informationsasymmetrie oder in dieser Machtasymmetrie erschwächt und weil die einzelne Person damit Informationen erlangt, was damit eigentlich passiert, wird die Person gestärkt. Das nennen wir Transparenz oder das nennen wir Informationsfreiheit. Das zu blockieren, das heißt, dass die großen Organisationen nicht sagen müssen, was sie gerade damit tun, welche Daten sie überhaupt haben, das nennt sich Arkan-Praxis. Für die Rollenspielerinnen unter euch so Arkan, so die Magie und so. Arkan heißt einfach nur geheim. Es ist unklar, was da getan wird. Andersrum der Informationsfluss von schwachen Akteuren zu starken Akteuren. Wenn wir den fördern, dann nennt man das Verdatung. Das ist jetzt nicht der Fachbegriff, aber das ist der Fachbegriff, den man auch so kennt. Die Verdatung, das heißt überall Sensoren, alle möglichen Handlungen, die im Digitalen stattfinden, werden eben protokolliert und so weiter. Und wenn man diesen Informationsfluss aber blockiert und den unter Bedingungen stellt, dann sind wir beim Datenschutz. Das ist so die Struktur. Wie ihr jetzt erkennt, sozusagen von rechts oben nach links unten, also Arkan-Praxis und Verdatung, das ist das, was wir in totalitären Staaten und so weiter sehen. Und das ist auch das, was wir sehen, wenn wir Diskussionen mit großen kommerziellen Organisationen führen. Dann ist immer, nein, wir wollen nicht erzählen, was wir machen, wir wollen aber alles über dich wissen. Das ist immer die Richtung. Und die andere Seite, das ist sozusagen, die rote Diagonale ist genau das, was den Starken noch weiter stärker macht und den Schwachen noch weiter schwächt. Die andere Richtung, die Grüne, ist genau das, was den Starken schwächt und den Schwachen stärkt. Nämlich Transparenz und Informationsfreiheit bezüglich der Starken und den Datenschutz bezüglich der Schwachen. An dieser Stelle ein kleines Dankeschön zum Beispiel an den OKF oder frag den Staat und so weiter oder beim Datenschutz andere Organisationen, wo ich zum Beispiel auch aktiv bin. Das heißt, man merkt, das ist überhaupt gar kein Widerspruch an der Stelle. Die Frage ist nur, wer muss transparent sein und wer soll nichts von sich preisgeben oder so wenig wie möglich von sich preisgeben. Und deswegen, jetzt erklärt sich auch das Mysterium für manche, warum wir eben zum Beispiel eine Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit haben. Warum das zusammengehört? Genau deswegen gehört es zusammen. Okay, naja, warum gibt es aber auch Meinungen für weniger Datenschutz? Naja, klar, Datenschutz kostet Ressourcen, finanziell, personell, konzeptionell. Man muss das Thema anders planen, anders umbauen und so weiter. Aber auch natürlich verhindert Datenschutz auch Informationsnutzung. Ja, das ist der Zweck der Sache. Trotzdem ist es ein Argument. Das heißt, bestimmte Geschäftsmodelle gehen dann nicht mehr und so weiter. Für staatliche Aufgaben werden eben Daten benötigt und wenn die Daten nicht fließen können, dann werden bestimmte staatlichen Aufgaben eben schwieriger oder auch wirtschaftliche Tätigkeiten werden erschwert. Das ist zwar richtig, aber es ist jetzt kein neues Problem, wenn man über Gesellschaft nachdenkt. Gleiches gilt natürlich für Hygieneregeln, Sicherheitsvorschriften, Kinderarbeitsverbot, Arbeitnehmerrechte, Umweltstandards und so weiter und so fort. Die kosten auch alle, aber wir haben uns entschieden. Das sind alles, wenn ihr unten seht, das sind alles Maßnahmen, wo es darum geht, die Schwächeren, die sich schlechter wehren können, die vielleicht auch nicht das Wissen haben, irgendwie davor zu schützen, dass da jemand, ich sag jetzt mal sozusagen einfach durch agiert und die eigenen Interessen schamlos durchsetzt. Okay, wem es aufgefallen ist, ich habe jetzt noch nicht einmal den Begriff Privatsphäre verwendet. Und das ist ganz bewusst genau der Punkt, weil Privatsphäre ist immer so eine Idee, ich alleine in meinem Schlafzimmer, das ist der Soziologe Paul Müller nennt das Schneckenhaus Privatsphäre. Seiner Ansicht nach ist das nur in vorindustriellen Lebensweisen möglich, wo man tatsächlich sagt, ich lebe auf dem Gut hier und die Leute ein paar Kilometer weiter, die hier haben, die kennen mich noch nicht mal. Vielleicht ist das sozusagen diese Art von Anonymität, vielleicht könnte man da nennen. Aber jetzt tatsächlich, was wir eigentlich wollen, ist, wenn man irgendwie sagt, wir brauchen ja irgendwie Girokonten und so weiter, all diese Sachen. Es geht nicht darum, dass niemand Daten hat, sondern dass die Begrenztheit des Wissens über Individuen, dass die aufrechterhalten wird. Dass es nirgendwo sozusagen eine Komplettansicht gibt oder dass eben, dass bestimmte Akteure immer nur genau das wissen, was sie eigentlich wissen sollten. Und man kann natürlich diskutieren, wie viel das dann sein soll. Wilhelm Steinmüller, einer der Urgesteinmüller, könnte man sagen, das ist das Datenschutzdiskurses, er formulierte das so, es geht nicht um Privatsphäre, es geht darum, eine Technik sozial beherrschbar zu machen. Und welche Grundrechte werden berührt von dieser Datenverarbeitung? Nicht nur Grundrechte auf Privatleben, was zum Beispiel Artikel 7 der Europäischen Grundrechtecharta ist, sondern eigentlich quasi alle. Wenn ihr daran überlegt, sowas wie Meinungsfreiheit, Informationsfreiheit, so Fragen wie Demonstrationsfreiheit, Würde des Menschen, könnte man alles durchbuchstabieren, eigentlich könnte man sagen, eigentlich ist der Datenschutz so eine Art digitale Dimension aller Grundrechte. Und das jetzt auf Privatsphäre sozusagen zu reduzieren, da ist was Richtiges dran, aber es verengt den Blick doch radikal, worum es eigentlich geht. So, wie gehen wir damit jetzt irgendwie um? Operationalisierung, wie können wir jetzt diese Ideen mit stark und schwach, wie können wir da irgendwie Anforderungen daraus bauen oder wie können wir da Dimensionen daraus kristallisieren? Das haben diverse Menschen getan und sind zu einem Ergebnis gekommen, zu sagen, wenn es um Datenschutz geht, dann müssen sozusagen informationsverarbeitende Systeme bestimmte Schutzziele verfolgen. Und die Schutzziele sind Nichtverkettbarkeit, Vertraulichkeit, Intervenierbarkeit, Transparenz, Verfügbarkeit und Integrität. Das ist sozusagen, diese Ziele, auf diese Ziele hin kann man alle technischen Geräte hin oder alle technischen Systeme oder Informationstechnische Systeme hin analysieren und kann sehen, inwiefern sie diese Ziele umsetzen, weil diese Ziele genau die Werte, die wir eben besprochen haben, realisieren, kann man die analysieren. Nichtverkettbarkeit heißt, bestimmte Informationen, die erhoben worden sind, für verschiedenste Zwecke, die eben nicht zu verbinden. Informationen nicht einfach so irgendwo kaufen zu können, wir reden jetzt über Datenschutz, nicht Datenschutzrecht, nicht einfach so kaufen zu können und die zu verbinden und zum Beispiel nicht Daten zu erheben, die für eigentlichen Geschäftszweck oder eigentliche Handlungen gar nicht notwendig sind. Also das zu beschränken an der Stelle. Integrität, die Unversehrtheit der Daten, das heißt, dass sie nicht verändert werden, dass ich mich darauf verlassen kann, die Daten, die ich sozusagen übermittle oder die erhoben werden, dass die tatsächlich so bleiben und an der Stelle zum Beispiel korrekt bleiben. Verfügbarkeit heißt an der Stelle, dass ich die Systeme eben nutzen kann. Wenn ich mich darauf verlasse, dass ich diese Routenplanung habe und die wollen von mir irgendwie Geld haben dafür, dass ich das nutzen kann und so weiter, dann will ich natürlich auch, dass es funktioniert, weil ansonsten ist es ja ein schlechter Handel. Transparenz bezieht darauf nicht nur, welche Daten vorliegen, sondern auch, wie funktionieren denn eigentlich die Prozesse? Was sind denn die Zwecke der Verarbeitung? Wie funktioniert denn die ganze Innerei? Was passiert da? Was sind eigentlich die Nebenkonsequenzen? Es gibt ja immer die intendierten Resultate und Konsequenzen und dann gibt es eben auch die unintendierten. Und genau das muss irgendwie für mich einsehbar sein. Intervenierbarkeit ist ein Schutzziel, das sagt eben, naja, also wenn Daten nicht korrekt sind und das System rechnet weiter, egal ob es meine Kredite sind oder ob ich jetzt irgendwie einen Tisch bekomme oder so, ob ich ein Haus bekomme oder so, es muss natürlich auch Möglichkeit sein, dass dieses System, wenn man Fehler in dem System erkennt, zu sagen, Stopp, ich möchte, dass sich das ändert. Ich möchte, dass die Daten zum Beispiel berichtigt werden oder aber ich möchte, wenn ich feststelle, dass dieses System diskriminierend ist, ich möchte, dass das System so gebaut ist, dass ich irgendwas tun kann als Betroffener, dass das aufhört. Also es reicht ja nicht zu sagen, ja, also wir sind total transparent, aber dadurch, dass wir die Stärkeren sind, kannst du einfach nichts tun. Also man muss ja irgendwo sozusagen den Notausschalter, ist jetzt übertrieben natürlich. Und als letzten Punkt die Vertraulichkeit, das heißt, die Informationen, die ich denen, die da für mich irgendwie Service anbieten, die ich denen gebe, da möchte ich auch sicher gehen, dass sie nirgendwo anders hingehen. Dass sie genau da bleiben und genau dafür verwendet werden. Aber Vertraulichkeit ist nur, dass sie genau da nur bleiben und niemand unbefugtes darauf Zugriff hat. Jetzt kann man sagen, na interessant, nicht Verkettbarkeit, Transparenz und Intervenierbarkeit, da sagt man so, das hat den Primat des Datenschutzes und die Aufmerksamen unter euch merken, ach interessant, die anderen drei, das ist das Primat der Datensicherheit. Das heißt, wenn man aus dieser Sicht auf Datenschutz blickt, erkennt man, dass nicht Datenschutz so ein Unterteil von Datensicherheit ist, sondern aus dieser Sicht genau andersrum. Wir erinnern uns am Anfang, Datensicherheit, da ging es darum, ja, also wie können denn die Daten, die da sind, ordentlich abgesichert werden und gegen die Hacker und Angriffsszenarien und so weiter. Ja klar, aber der Datenschutz fragt, ja, sollten diese Daten denn überhaupt da sein? Also man könnte sich so ein Zwiegespräch vorstellen, wo sozusagen die Datenschützerin sagt, naja, aber das Datum ist nicht korrekt, was da gespeichert ist und die IT-Sicherheitsabteilung, ja, ja, aber das ist richtig gut beschützt. Also da merkt man, das ist ein Konflikt, das ist nicht das Gleiche. Genau, das sind so die Schutzziele und die kann man tatsächlich verwenden und das ist auch nicht parallel, sondern diese Schutzziele kann man sehen, das ist ein Beitrag von 2013 schon, dass diese Schutzziele des Datenschutzes tatsächlich auch mit dem Recht, was gesprochen worden ist, vereinbar sind. Das heißt, es ist nicht komplett alles umgesetzt, aber es ist eben auch kein Widerspruch. Wir erinnern uns hier wieder, Datenschutz und Datenschutzrecht ist eben nicht das Gleiche. Okay, das war jetzt so der Durchritt erstmal für die Grundlagen an der Stelle und jetzt kommen wir zu den Nichtlösungen. Das sind quasi so ein paar Kommentare, die ich mir jetzt so noch erlaube. Okay, also erstmals der Selbstdatenschutz. Ganz beliebt, insbesondere in Verbindung mit der Blockchain. Okay, das spare ich mir jetzt. Also, wenn das Datenschutzkonzept ernst genommen werden soll, wir überlegen uns, schwache, starke Akteure, Möglichkeiten, transparent und so weiter, wie soll denn Selbstdatenschutz da aussehen? Also, wie kann mein Selbstdatenschutz aussehen, wenn ich innerorganisationale Datenverarbeitung habe? Wie kann ich denn bei Facebook Selbstdatenschutz machen? Also, außer wenn ich da bewaffnet reingehe, aber das ist jetzt nicht wirklich keine skalierende Lösung. Also, neben den ganzen anderen Problemen. Bin wegen Gegengewalt übrigens. Ja, und oder zum Beispiel die Erinnerung, warum haben wir Datenschutz? Datenschutz haben wir eben nicht, weil es eine Rechts-vor-Links-Regel ist im Straßenverkehr, wo die beiden gleich stark sind. Nein, wir haben Datenschutz genau deswegen, weil sie eben nicht gleich stark sind. Da jetzt den Schwachen zu sagen, du kannst doch selbst Datenschutz machen. Wenn man wirklich verstanden hat, wie Datenschutz funktioniert, ist es zynisch, das vorzuschlagen. Das ist genau dem Verprügelten zu sagen, ja, du musst dich ja nur wehren. Also, es ergibt überhaupt keinen Sinn. Und da kann man sich ja vorstellen, in den Situationen, wann braucht man oder wann ist Datenschutz genau notwendig, wenn es um Kredit- oder Grenz- oder Einkaufs- oder Durchsuchungssituationen gibt. Polizeiliche Identitätsfeststellung oder an der Grenze, geben sie Daten raus und so weiter oder nicht. Das sind genau die Fälle. Und kann man ja sich überlegen, wie man irgendwie Flüchtende an der Grenze sagt, naja, du kannst doch selbst Datenschutz machen, und musst dein Handy nicht rausrücken. Das ist ein Riesenproblem. Genau darum geht es, starke und schwache Akteure das irgendwie anzugreifen und eben nicht zu sagen, naja, mach doch selber. Und das heißt, da muss man eben dann auch sagen, danke eben auch an Jörg Pole zum Beispiel für diesen Hinweis, Facebook hat gar keine Datenschutzeinstellungen. Facebook hat Einstellungen, Facebook, also ich sag jetzt mal Dollar Social Network, da gibt es Einstellungen, welche anderen User Daten sehen und welche anderen User da irgendwie interagieren können. Es gibt aber keine Einstellung, was Facebook damit macht. Also es gibt, man kann da, manchmal so ein paar ein bisschen dran rumregeln, aber die Einstellung, wie lange Facebook irgendwelche Sachen speichern soll oder nicht, die gibt es eben nicht. Oder welche Verknüpfungen es da geben soll. Ja, das ist, wenn man Datenschutz quasi ernst nimmt, ist das so ein Punkt. und natürlich, das ist ja auch bei irgendwie Mobiltelefonen und so weiter, da gibt es dann immer Datenschutzeinstellungen, das fühlt sich irgendwie so gut an, aber das ist gar nicht, das ist nicht Datenschutz, was es da ist. Wenn irgendwie bei bestimmten Mobiltelefonen von Google da steht dann halt Datenschutz, wollen Sie ein Backup machen? Ja, das ist aber Datensicherheit, das ist nicht Datenschutz. Also es ist was anderes. Okay, dann gucken wir uns mal Dateneigentum oder Datensouveränität an. Naja, ein Eigentum, also erstmal Begriffskritik, Eigentum selber, das Konzept Eigentum, ist ein Exklusivrecht auf Sachen. Das heißt also Eigentum, entweder ich habe eine bewegliche Sache, ein Auto, ein Fahrrad oder sonst was oder unbewegliche Sachen wie Immobilien. Dann heißt es, ich kann darüber exklusiv verfügen. Und genau darauf ist sozusagen die gesamte Rechtsordnung auch ausgelegt. Wenn ich sage, Daten sind Eigentum, dann merkt man schon an dem Konzept, okay, wenn es Eigentum ist, dann kann es auch gestohlen werden. Kann man sich überlegen, Datendiebstahl, so sind die Daten jetzt weg? Nee, sie sind ja noch da. Okay, was ist denn jetzt das Problem? Das Problem bei Diebstahl ist ja nicht, dass man danach zwei Fahrräder hat, sondern dass man keins mehr hat. Also, es ist eine Frage, wie groß der eigene Keller ist, aber das ist nicht, ne, ihr merkt an der Stelle, das ist schon vom Konzept her merkwürdig. Aber der nächste Punkt ist, okay, Dateneigentum, dann haben wir das alles und unser Dateneigentum und wir können natürlich unsere Daten dann eben verkaufen und kriegen auch, kriegen davon was ab, von dem schönen Kuchen. Jetzt kann man sich natürlich, um gleich eine große Diskussion sozusagen die anzureißen, ich will da nicht einsteigen. Ist es tatsächlich die drei Euro pro Monat an alle Facebook-Userinnen und User wert, dafür Wahlmanipulation ganzer Gesellschaften und Diskriminierung unserer Gesellschaften zu ermöglichen? Was ist denn das, was ist denn das für ein komischer Handel an der Stelle? Also, man merkt, da haut was nicht hin und mehr ist es ja nicht. Also, dieses Geld entsteht ja dadurch, dass es so viele User gibt, weil es so super gut skaliert. Das heißt, die einzelne Person hätte genau von diesen drei und meinetwegen mögen es auch 30 Euro sein, tatsächlich in diesem Vergleich gar nichts. Also, offensichtlich haben wir hier ein größeres Problem. Und man könnte eben auch wieder sagen, ach, interessant, Dateneigentum, das unterstützt wieder nur die starken Akteure, die werden bevorzugt. Tatsächlich ist es wieder ein Freikaufen, wenn man sagt, naja, ich muss, ich habe nicht die Notwendigkeit, meine Daten zu verkaufen. Ich kann die bei mir behalten. Dateneigentum ist doch schön, jeder ist selbst da irgendwie verantwortlich, die Souveränität des Einzelnen oder der einzelnen Personen. Aber wie gesagt, es ist Freikaufen. Wenn ich das Geld habe, dann bin ich darauf nicht angewiesen. ansonsten muss ich mich quasi dann, ja, sozusagen ausliefern an der Stelle. Das heißt, ne, klassisches Beispiel, bei der Autodatenübermittlung, wenn ich mich recht erinnere, war es auch so, bei irgendwie Mercedes ab der, ich glaube, ab irgendeiner Klasse, ne, gehen dann keine Daten mehr raus, weiter oben. Weil klar ist, die Käuferinnen und Käufer weiter oben, die mögen es gerne, wenn die Daten, ne, was im Auto passiert, bleibt doch im Auto. So, aber drunter halt nicht. Oder man kann sich auch überlegen an der Stelle, Smart-TV-Daten, inwiefern da so eine Datensouveränität vorherrscht, wenn man irgendwie einem alleinerziehenden Elternteil eben sagt, ja, du bist total datensouverän, du kaufst dir hier einen Fernseher irgendwie für 500 Euro oder 250, wenn du alle Daten rausleitest. Kann man sich ja überlegen, wie datensouverän deine Person agiert. Nächste Frage, wenn Daten Eigentum sind, wem gehören denn Kommunikationsdaten oder Bilddaten, wo mehrere Leute daran beteiligt sind und so weiter. Also hinten und vorne Probleme, Probleme. Also das ist so ein bisschen unklar, welches Problem da wie gelöst wird. Es ist natürlich wieder die Abwälzung auf die einzelne Person. Man könnte auch genauso sagen, Hygienesouveränität könnte man ja auch sagen. Man geht halt irgendwie in eine Küche und wir haben halt keine Hygieneregeln. Du kennst dich doch bestimmt aus, gehst du erstmal irgendwie hinten rein, ob die Küche dir sauber genug ist oder nicht. Du weißt gar nicht, wonach du gucken sollst. Naja, Pech gehabt. Also das ist die Art von Souveränität, die da proklamiert wird bei so einer Dateneigentum und Datensouveränität. Das ist genau wieder die Souveränität des Stärkeren. Okay, dann kommen wir noch als Punkt, das ist verbunden mit der Datensouveränität. Ich habe es nochmal Einwilligungsfetisch genannt. Das ist immer so ein Rückgriff auf das Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung, was ich total großartig finde, aber es reicht eben nicht aus. Warum reicht das nicht aus? Naja, Einwilligung heißt, alle mögliche Datenverarbeitung, da werde ich vorher gefragt, ob sozusagen meine Daten verarbeitet werden dürfen für bestimmte Zwecke und jetzt ist die Frage, was ist denn das Problem an so einer Einwilligungsfrage? Ja, erstens, da gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder es gibt eine Informationsasymmetrie oder eine Machtasymmetrie, wo man das Problem sieht. Informationsasymmetrie heißt, ich habe da eine Einwilligung, die ich geben muss und ich habe daneben 150 Seiten AGB, die ich jetzt lesen muss, um dann irgendwie ordentlich einzuwilligen. Und da sorgen natürliche Organisationen, insbesondere Konzerne, ja, ist doch super und leider auch in der DSGVO, ja, dann machen wir halt irgendwelche Symbole, die das anzeigen, wo es dann einfacher ist für die Personen, das irgendwie lesen zu können und das verstehen zu können, dann können wir vielleicht einfache Sprache machen und im Endeffekt, wir versuchen es ganz, 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 ganz dolle und wenn alle Organisationen des Planeten das ganz dolle versuchen und die Leute es immer noch nicht verstehen, dann sind die Leute, also jedenfalls, ne, also wir haben uns ganz doll bemüht. Das heißt, dass der Druck oder die, sozusagen, der Handlungsdruck liegt, wenn man das Problem in der Informationsasymmetrie sieht, liegt wieder bei der einzelnen Person. Die trägt wieder die Last des sich ordentlich Informierenmüssens. Wenn man allerdings sagt, naja, das ist eine Machtasymmetrie, was ich vorhin gesagt habe bei der Datensouveränität, wann kann man zustimmen, wie sind dann eigentlich so die, wie sind dann, was ich gesagt habe, so was wie Netzwerkeffekte oder so, wie, welche Probleme entstehen denn da auch für andere Menschen, wenn ich, wenn ich sage, ich habe die Google AGBs für Google Mail verstanden und ich habe die, ich habe denen zugestimmt, dann habe ich natürlich auch für alle anderen, die mir jemals danach eine Mail schreiben wollen, auch noch mit zugestimmt. Das heißt also, es ist gar kein Informationsproblem, dass ich nicht verstanden hätte, was irgendwie in der AGB drin stand, sondern es liegt ja in der Natur der Sache der Vernetzung, dass ich das für alle anderen mitentschieden habe. Oder aber, wenn es halt irgendwie im Elternabend heißt, ja, unsere Facebook-Gruppe hat sich das und das gedacht und hat dann eine Person kein Facebook oder so weiter. So ganz viele Fragen, soziale Rahmenbedingungen, genauso finanzielle Abhängigkeiten. Man kann ja eben sagen, ja, diesen Dienst, genau das war bei der Souveränitätsfrage, ja, du kannst dir gerne diesen Service, du kannst dir einwilligen oder aber es kostet was und dann nehmen wir weniger Daten. Also man merkt, wenn man das auf diese Machtasymmetrie stellt, auf einmal ist es nicht so, wir müssen einfach nur unsere AGBs besser schreiben, sondern eigentlich brauchen wir harte obere Schranken. Das heißt, AKA-Regulierung. Das heißt, bestimmte Informationsnutzung darf einfach nicht möglich sein. Wie gesagt, wir haben es aktuell mit der Manipulation ganzer Gesellschaften zu tun, auch Gewaltverbrechen, die aufgrund von, und so weiter. Also irgendwo muss man da fragen, offensichtlich liegt es nicht daran, dass da irgendwie die AGBs nicht gut lesbar sind. Okay, dann Zielgerade langsam, die Algorithmenethik, nur kurz angeschnitten, ich bin ja noch länger hier auch noch. Algorithmenethik, ja, das ist so eine Mischung, Algorithmen, die ethisch sein können oder nicht ethisch sein können. Also erstmals, Algorithmen sind selber ja keine Akteure. Organisationen sind Akteure und die wenden Algorithmen an. Das heißt, man kann natürlich genauso bei einer Algorithmenethik fragen, was ist denn die Zementethik? Wie verwendet man Zement? Also die Frage muss man dann überall stellen, weil die Akteure natürlich genau wissen, welche Algorithmen sie verwenden und welche nicht. Sie haben nämlich Zwecke. Wenn das, was ihre Interessen sind, davon unterstützt wird, dann werden die eingesetzt und deswegen macht man eine AB-Testing und so weiter und wenn es die Zwecke nicht unterstützt, dann wird es was anderes verwendet. Und wenn man dann sagt, naja, aber es ist doch eine ethische Frage, naja, das ist nicht wirklich eine ethische Frage, es ist eine Verantwortungsfrage, na klar, aber jetzt Ethik ist so nicht das ganz Richtige. Und wenn man natürlich sagt, ja, aber so Algorithmen, die sind alle so kompliziert und wir verstehen es vielleicht gar nicht mehr bei irgendwie künstlicher Intelligenz und so weiter, kann man sich überlegen, wie es beim Hundeverhalten ist. Also die Hundehalterin oder Hundehalter steht natürlich dafür gerade, was der Hund tut, egal ob der jetzt, aus welchen Gründen das getan worden ist, weil irgendwer, irgendwer muss es ja, bei irgendwer muss ja die Verantwortung sozusagen liegen. Genau, und die Algorithmen setzen also keine, setzen keine Zwecke, sondern sie sind Mittel, um Zwecke umzusetzen. Das heißt, wenn man überhaupt über irgendwas spricht, dann muss man irgendwie über Unternehmensethik reden und wie erfolgreich sowas ist, kennen wir, glaube ich, seit Anbeginn des Kapitalismus. Okay, also die konkrete Frage wäre, anstatt über irgendwie Algorithmenethik zu sprechen, wäre zu sagen, ja, wir haben doch gerade was über Schutzziele gelernt. Können wir denn nicht einfach diese Schutzziele auf alle möglichen Informationsverarbeitungssysteme anwenden? Ja, natürlich können wir das und es gibt auch sehr viel, also nicht sehr viel, aber es gibt eine Menge gute Forschung dazu, zum Beispiel unabhängige Datenschutzzentrum Schleswig-Holstein oder so weiter. Aber komischerweise sind da die Ergebnisse, ja, das muss reguliert werden, das müssen wir einzäunen und so weiter. Aber das schlägt man immer so ungern den Konzernen vor. Das ist immer so, das ist ein bisschen problematisch an der Stelle. Das heißt, man kann da viel drüber nachdenken, über maschinenlesbare Policies, über irgendwie sozusagen KI-Ki-Prüfsysteme und so weiter. Aber das Problem dabei ist, dass die Ethik so folgenlos und so schön sanktionslos bleibt. Ethik ist das, was man so, was man so tut. Das ist so ein Thema, es wäre schön, wenn. Und tatsächlich, wenn wir uns sozusagen unsere Welt so angucken, die verdatete Welt, ist es eigentlich, dieses wäre schön, wenn, ist schon lange drüber hinaus. Okay, das heißt also, die Ethik ist schon in Ordnung und der Ethik-Diskurs, aber die Umsetzung des Rechts selber, die erhängt hinterher. Und das ist so ein Punkt. Also die Situation ist, ich habe es mal ein bisschen provokant geschrieben, Massenmanipulation, Überwachung und Unterdrückung ist sozusagen der Punkt. Okay, das überspringen wir mal. Also wen es interessiert, zum Beispiel auch, Ben Wagner hat dazu auch neulich geschrieben, also, es ist einfach so ein, ich packe es in die Folien an der Stelle, also es bleibt da drin, inwiefern Ethik die neue Selbstregulierung ist. Also Unternehmen sagen, ja bitte keine Regulierung, wir verhalten uns ethisch und wir haben Ethik-Kodizes und hinten und vorne und so weiter. Und wenn man sich die letzten Facebook-Veröffentlichungen zum Beispiel anschaut, wer sagt, mit ethischen Diskursen sollen die Unternehmen nochmal doller drüber nachdenken, was sie tun und was die Konsequenzen sind, dann der Person empfehle ich tatsächlich sehr stark, diese Veröffentlichung der internen E-Mails jetzt mal anzuschauen, die wissen ganz genau, was sie tun. Also das ist, da kann man nicht drüber reden, da muss man einfach sagen, es ist ein Interessenkonflikt und unsere Werte sind so und deswegen machen wir das halt. Okay, dann kommen wir zum Fazit. Also erstens, Datenschutz zwingt Organisationen dazu, bei der Gestaltung ihrer Datenverarbeitung die Interessen der Betroffenen zu beachten. Das heißt, durch Datenschutz sollen sie Dinge tun, die sie von sich aus nie tun würden. Wir erinnern uns, Hygieneregeln, Sicherheitsvorstellungen und so weiter. Das würden sie von sich aus jetzt erstmal nicht wollen, weil die Marktlogik eine andere ist und so weiter. Aber mit Datenschutz bringt man eben dazu Löschfristen und so weiter. DSGVO, könnt ihr euch angucken. Dann auch als Betreiber solcher Systeme muss man sich immer vor Augen halten, die Rechte der Betroffenen, so nervig sie vielleicht sein mögen, wenn man selber Anbieterin ist, sind immer die Pflichten der Verantwortlichen. Das heißt, es ist ein Interessenkonflikt. Wenn man sagt, ich möchte das alle nicht dokumentieren und so weiter, dann heißt es, mir sind die Interessen und die Rechte der anderen davon egal und das sollte nicht so sein. Dann individuelle Privatsphäre, das habe ich schon gesagt. Dann als letzten Punkt Fokus auf personenbezogene Daten ist offensichtlich problematisch. Man kann Leute auch mit nicht personenbezogenen Daten diskriminieren und es gibt aber auch Nutzung von personenbezogenen Daten, die unproblematisch sind. Was man bräuchte, ist eine Analyse von Datenverarbeitung, die einfach schaut, Datenverarbeitung, egal welche Daten, die da verwendet werden, was sind die Konsequenzen für die Betroffenen? Und die Einwilligung ist weder hinreichend für individuelle und noch für gesellschaftliche Schutzfunktionen. Da müssen wir tatsächlich über diese harten Grenzen nachdenken, ansonsten kommen wir da nicht weiter. Und als allerletzten Punkt kann man sagen, die Techies unter uns sagen ja immer, Alice und Bob, die reden miteinander und dann gibt es irgendwie Mallory, die greift an. Und beim Datenschutz muss man immer sagen, Achtung, Angreifer. Angreifer ist nicht Mallory, Angreifer ist Bob, nämlich die andere Seite, die die Daten kriegt, was die damit tut. Okay, dankeschön. Danke, Rainer, für deinen interessanten Vortrag. Wir haben zwei Mikrofone, eins auf der Seite in der Mitte des Saals und eins im Mittelgang, Nummer eins und Nummer zwei. Wenn ihr Fragen stellen möchtet, dann könnt ihr euch an diesem Mikrofon aufstellen und eine Reihe bilden oder zwei Reihen bilden. Wenn ihr jetzt gehen müsst, tut das bitte leise und auf jeden Fall nicht störend. Und ja, dann würde ich mal sagen, Mikrofon zwei. Vielen Dank für den interessanten Vortrag. Wie sieht das aus, wenn wir plötzlich andere Machtverhältnisse haben? Das heißt, wir haben Peer-to-Peer-Systeme, da haben wir auf der einen Seite dann alle auf der gleichen Ebene oder auch nicht, aber doch prinzipiell ist das möglich. Und gerade diese Peer-to-Peer-Systeme ermöglichen ja gerade, diese mächtigen Datenintermediäre zu umgehen. oder was ist jetzt bei Fällen, wo wir sagen, wir haben jetzt gar nicht den starken Datenverarbeiter, sondern wir haben den kleinen Turnverein, wir haben die Individuen, die plötzlich mit der Datenschutz-Grundverordnung konfrontiert sind und eigentlich gar nicht die starken sind. Und da sagen wir, das passt doch eigentlich gar nicht. Wollen wir das mal sammeln oder soll ich gleich? Ja, gut, okay. Das ist ein sehr, sehr guter Punkt, gerade diese Peer-to-Peer-Geschichten. Da sehe ich tatsächlich eine ganz, ganz große Chance, wo gerade bei Peer-to-Peer die Daten verteilt sind, mal keine Machtzentren dabei stehen. Da muss man natürlich bei dem Design aufpassen, dass man es eben nicht so macht wie irgendwelche Bitcoin-Geschichten, dass dann doch wieder alles zentralisiert wird, sondern eher so wie Nunet, wo in das System eingebaut ist, dass es auch dezentral bleibt. Ich sehe da ganz große Hoffnungen, da muss allerdings sehr viel noch geforscht und gearbeitet werden, dass solche Sachen dann auch skalieren können. Aber das kann möglich sein. Also es ist auf alle Fälle da sich überhaupt kein Problem, wenn man da mal ein bisschen Geld reinsteckt, irgendwie so einen Bruchteil von dem, was wir in Atomkraft gesteckt haben, mal in Peer-to-Peer-Technologien. Aber das nebenbei, nee, also das wäre auf alle Fälle eine technische Herangehensweise, wo man natürlich auch wieder diese Analysen machen müsste. aber sich, das ist auf alle Fälle ein gangbarer Weg. Und da gibt es auch ganz viele Ansätze schon, gerade hier auf dem Kongress, wenn man mal rumläuft, Gnudhaler und so, da sehe ich viel Fruchtbares. Bei dem zweiten Punkt, das ist natürlich jetzt eine rechtliche Frage. Ich gehe trotzdem darauf ein, halte mich aber kurz, weil wie gesagt, es gab auch rechtliche Talks. Die DSGVO hat so einen, sagen wir mal, überwiegend risikobasierten Ansatz. Das heißt, der Verein muss diese Sachen insofern umsetzen, wie Risiken für die Betroffenen entstehen. Das heißt, wenn der Verein ein multinationales, globales Social Network betreibt, dann sind die Pflichten sehr, sehr groß. Wenn allerdings da nur die Mitgliederliste geführt wird, dann sind die Anforderungen auch sehr viel geringer. Also man muss immer sehen, die Anforderungen zum Beispiel diese technischen und organisatorischen Maßnahmen, die müssen immer angemessen sein. Das heißt, wenn da eine Liste mit 20 Namen sind, dann muss man jetzt nicht, da reicht jetzt vielleicht nicht um die Cäsar-Verschlüsselung, aber da muss jetzt kein Hochsicherheitssystem da sein. Es muss sozusagen immer entsprechend der Risiken für die Betroffenen. Also ich verstehe auch die Kritik zu sagen, sozusagen diese DSGVO guckt gar nicht, wie groß die Organisation ist. Und da ist meine Antwort dabei zu sagen, ja, die DSGVO schaut, aber wie groß ist das Risiko der Betroffenen? Und ich glaube, bei vielen, die sich da sozusagen beschweren, die beschweren sich auch erstens, weil sie sich nicht vorher damit beschäftigt haben, was sie hätten sollen. Und zweitens aber auch, weil da leider sehr viel Angstmache drin war, wie viel Aufwand tatsächlich auf Leute zukommt und wie groß die Anforderungen sind. die Regularien bei der Datenschutzkonferenz war ja auch irgendwie erst mal warnen und helfen statt abmahnen und so weiter. Also das sind so, genau, das ist so meine Antwort. Also wichtig ist, wie groß ist das Risiko für die Betroffenen? Und das wird bei Vereinen immer nicht so groß sein. Also kommt auf den Verein an. Ich meine, der TÜV ist auch ein Verein. Okay, ich hoffe, das hat... Mikrofon eins, bitte. Wir haben jetzt für die Erklärung, was ist Datenschutz, zurückgegriffen, wir treffen jetzt auf die Erklärung des Standarddatenschutzmodells. Gibt es, sage ich, in der Wissenschaft auch andere Ansätze, die gewählt werden zur Erklärung, was ist Datenschutz oder wie weit sind die Diskussionen da oder gibt es unterschiedlichen Fokus? Also das ist eine sehr, sehr gute Frage tatsächlich. Ich finde tatsächlich dieses Standarddatenschutzmodell, deswegen habe ich es auch unten hingepackt, sehr, sehr, sehr gut und trifft das, was ich als großes Problem auch ansehe. Es gibt eine Dissertation von Jörg Pohle, der vierte von unten, Datenschutz und Technikgestaltung. Der diskutiert mal die verschiedenen Ansätze. Also es gibt da schon verschiedene Vorstellungen, was ist überhaupt das Schutzgut und wie kann man dem begegnen und so weiter. Da gibt es einen großen Dschungel. Aber ja, da ist sich auch, also mein Eindruck ist, da setzt sich zumindest in der deutschen Diskussion oder europäischen Diskussion da setzt sich gerade so eine bestimmte Richtung durch. Aber es gibt auch andere Ansätze, die zum Beispiel, die rückwärts versuchen, entlang des Rechtes zu rekonstruieren, was eigentlich mal das Datenschutzproblem war und die dann immer individualisiert Fragen stellen und sagen, wie können wir zum Beispiel das Risiko, so einfache Rechnungen wie das Risiko der einzelnen Personen mal die Anzahl der betroffenen Personen und so könnte man eben auch an Datenschutz rangehen und dann hat man nur rein individuell natürlich immer das Problem, was man dann lösen muss. Funktioniert insofern nicht, wie wir eben gesehen haben. Es können natürlich auch eine ganze Menge Leute zu einer Datenverarbeitung zustimmen, deren Konsequenzen dann alle anderen auch noch mittrifft. Und in dem Sinne funktioniert der individualistische Ansatz dann nicht. Aber ja, da gibt es ein Zoo, aber ich glaube, ich glaube, das ist das meiner Ansicht nach, das sehr gut begründet ist. Das Internet hat eine Frage. Ja, geht. Das Internet fragt, gibt es, beziehungsweise kennst du eine politikerverständliche Übersicht von chaosnahen politischen Forderungen bezüglich Datenschutz und Datensicherheit mitsamt ihren Begründungen? Moment, war eine was? Eine politiker-kompatible? Politiker verständlich für Übersicht von chaosnahen politischen Förderungen. Forderungen, Entschuldigung. Forderungen. Ja, naja, ich meine, ich kann zum Beispiel darauf verweisen, jetzt vor zwei Monaten war die Bits und Bäume in Berlin, da gab es einen Forderungskatalog, da wurde das, da spielte auch Datenschutz und Datensicherheit eine Rolle und auch in der Begründung dabei, da war zum Beispiel der CCC auch dran beteiligt und das FIF und aber andersrum auch Nachhaltigkeitsorganisationen, BUND und so weiter. Das ist sehr kurz und knackig, ich glaube, das könnte auch verstanden werden und das wäre eben auch Chaosumfeld. Ich glaube so ein, ich glaube allerdings, also das denke ich jetzt gerade, verschiedene Leute oder auch verschiedene PolitikerInnen haben verschiedene Vorstellungen, was eigentlich das Problem ist. Deswegen weiß ich noch nicht so richtig, inwiefern so eine Handreichung so verständlicherweise da wirklich helfen würde, die allgemein ist, sondern eher zu fragen, was ist denn, sozusagen, was daran ist unklar, um das dann wirklich sozusagen konkret zu erklären. Aber mein Eindruck, ehrlich gesagt, also ich verstehe die Motivation der Frage, aber mein Eindruck ist so ein bisschen, dass er, dieses Unverständnis, das hat eher was mit, mit fehlendem Mut zu tun, mal zu sagen, was weiß ich, wir, wir, wir müssen da jetzt mal harte Grenzen ziehen. Also es hat weniger mit Verständnis zu tun, als mit nicht verstehen wollen. Und da hilft auch eine Handreichung nicht. Und das ist so, also die Antworten, was notwendig wäre, die werden immer, immer klarer, aber ja, das ist, glaube ich, ein politisches, das ist eine politische Frage. Und da, da können, ja, das ist ja auch einer der Gründe, warum wir hier sind, glaube ich. Mikrofon zwei, bitte. Ja, ich wollte nochmal einhaken, du hast ja gerade auch bei dem Thema Algorithmenethik sozusagen gesagt, das ist so eine Stellvertreterdebatte oder beziehungsweise eine Debatte, die, wo es eigentlich, man will eigentlich nicht über das Eigentliche reden, nämlich was Regulierung sein soll. Ich würde dir insofern zustimmen, dass es die Debatte natürlich ablenken soll davon, dass man nicht weiß, wie man mit Technik umgeht. Ich glaube allerdings, jetzt mal die Gegenthese, dass man in Deutschland allgemein sehr regulierungswillig ist in der Politik, was Technik angeht. Aber ich glaube, man weiß nicht, was man regulieren soll. Also du hast mehrfach selber auch so Begriffe wie Massenmanipulation, Wahlmanipulation genannt. Darüber wird unglaublich viel gesprochen. Ich glaube aber, es hat keiner gerade in der Politik eine Idee, wie man damit umgehen soll. Und wenn dann mal so ein Vorschlag wie Botregulierung eingebracht wird, ist es halt auch Quatsch. Deswegen jetzt meine konkrete Frage, wie würdest du damit umgehen? Also ich arbeite selber im politischen Betrieb und überlege mir also auch immer, wie kann man eigentlich diese Debatten in die richtige Richtung lenken? Wie würdest du damit umgehen, dass man eben nicht über Algorithmenethik als irgendwie Ablenkungsthema redet, sondern dass man sich mit den tatsächlichen Fragen, nämlich was sind sinnvolle Regulierungen, beschäftigt, gerade eben unter dem Aspekt, dass technisches Unverständnis in großen Teilen leider herrscht. Also es ist tatsächlich eine sehr interessante Frage. Ich glaube, da steckt noch ein bisschen Arbeit drin, zum Beispiel diese Schutzzielfragen auch mal wirklich auszubuchstabieren und da gibt es auch Ansätze, zum Beispiel Martin Rost jetzt gerade für diese KI-Debatte, wobei konkret fragen kann, können denn bestimmte Systeme Garantien aussprechen für grundrechtliche Fragen? Ich habe mal so ein Zitat da reingebracht, irgendwie so Deep Learning Systeme sind also nicht prüfbar, nicht evaluierbar, ändern ihre Eigenschaften, liefern keinerlei Begründung, sind leicht zu manipulieren, willkürlich aufgebaut und immer ungenau. Das klingt jetzt nach einem coolen System, wenn man Bilder sortieren will, das klingt nach einem nicht so guten System, wenn man Straßenschilder erkennen möchte. Und ich glaube, die Aufgabe bestünde darin, diese Fleißarbeit auszubuchstabieren, was zum Beispiel diese Schutzziele für die einzelnen Systeme und das macht teilweise das Standard-Dachenschutz-Modell auch schon, diese Ergebnisse zu zirkulieren. Und da gibt es tatsächlich gute Arbeiten und ich glaube, mittlerweile wäre es sogar möglich, können wir uns danach nochmal verbinden, dass da vielleicht die richtigen Informationen an der richtigen Stelle mal landen, weil ich glaube, die sind mehrheitlich schon da. Das hat immer auch was mit Erklären zu tun, aber wenn der Wille da ist, so zu agieren, also eine Regulierwilligkeit sehe ich jetzt nicht so richtig, aber gut, wenn das tatsächlich so ist, dann müsste man da wahrscheinlich einfach genau diese Papers, die es dazu gibt und so weiter, die ein bisschen aufbereiten und dann an die richtigen Stellen bringen als Hinweise. Wie gesagt, das heißt aber eben auch, also das heißt aber eben auch, dass bestimmte Akteure dann eben auch was abgeben müssen oder nicht mehr zulässig sind oder bestimmte Geschäftsmodelle nicht mehr möglich sind. Also wenn PolitikerInnen damit einverstanden sind, dann kann man da auch was machen. Okay, Mikrofon eins, bitte. Hi, ich habe auch eine Frage zur Regulierung und zwar, also aus einer soziologischen Perspektive ist es so, dass bei Regulierung immer auch die regulierten Mitarbeiten, also das läuft im politischen Betrieb ganz oft über Aufrufe für Comment Letters, also das Bundesministerium für Verkehr und bla, hat was über Fahrzeugdaten veröffentlicht und die haben sehr, sehr dezidiert politische, ökonomische Benefits bei den Herstellern gesehen und dann sind alle aufgerufen worden innerhalb eines halben Jahres ihre Meinung dazu zu posten und bei sowas haben natürlich starke Akteure, die du auch genannt hast, also Tech Giants immer einen strukturellen Vorteil. Genau, also wenn du dich für eine starke Regulierung aussprichst, hast du da schon irgendwie Vorstellungen, wie man so diesen Bias an der Stelle ausschaltet, also dass die Starken weiterhin auch privilegiert bleiben, selbst wenn es Regulierung gibt. Tja, das ist so die Königinnenfrage an der Stelle. Naja, es hat natürlich immer was damit zu tun, wer wird da befragt, wer hat die Möglichkeiten, ich kenne es ja selber auch von irgendwie, egal ob es Sachverständigeanhörungen sind oder irgendwie Eingaben, die gemacht werden können, die Firmen schicken ihre Leute in der Arbeitszeit dahin, um das zu tun und die NGOs gucken halt, wo sie ihre Nähramtlichen abziehen können, um da vielleicht jemanden, tja, das ist ein großes Problem. Also ich glaube, da ist tatsächlich so eine grundsätzliche, da wage ich mich jetzt auch ein bisschen aus dem Fenster, aber so eine grundsätzliche Herangehensweise gefragt, das betrifft ja die Frage, wie unsere Demokratie funktioniert. Also das ist nichts, was irgendwie, also ich meine, von Diesel bis hin zu, fange ich gar nicht erst an, also das ist keine Datenschutzfrage, sondern eigentlich eher eine Demokratiefrage und ich weiß nicht, also da gibt es ja ganz viele Ideen mit Lobbyregister und was es alles gibt. Vermutlich müsste man da sozusagen wir alle, die Aktivitäten so in so diesen digitalen Rechtsfragen tätigen, vermutlich wäre es sogar eine langfristige oder nachhaltige Keyword, nachhaltige Lösung zu sagen, bei all unseren Aktivitäten nehmen wir 10% weg und packen die in, weiß ich nicht, Lobby-Control und so weiter, um diese Strukturen da irgendwie zu stärken. Das wäre mein Eindruck, weil teilweise, wenn man sich anguckt, wie so die Digitalrat, KI-Enquete und so weiter, wie die zusammengesetzt sind, klar, wenn ich Leute von einem bestimmten Hintergrund einlade, ist mir klar, dass ich dann diese Antwort kriege. Also das ist jetzt so ein bisschen so die Frage, wie kriege ich mehr Leute aus der Wissenschaft rein und mehr Betroffene und so weiter und deswegen tut mir jetzt leid, dass es vielleicht eine nicht so hilfreiche Antwort ist, aber ich glaube, das ist eine Demokratiefrage und da gibt es jede Menge auch zu tun und auch deswegen sollte uns das interessieren, weil ansonsten unsere ganze Arbeit da auch teilweise ins Leere läuft, weil dann eben das kaputte System das alles wieder auffrisst. Das ist, glaube ich, so ein Punkt. Ich merke, die Diskussion ist, die brennt. Leider läuft uns die Zeit ein bisschen davon. Wo finden dich Leute hier auf dem Kongress? Ihr findet mich entweder unter dieser E-Mail-Adresse oder aber zum Beispiel am Pfiffstand hier CCL 0. Etage. Hier drunter. Ich werde danach einfach auf den Knopf drücken und runterfahren, dann findet man mich da. Dankeschön. Applaus. 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 Vielen Dank.